ja herzlich willkommen hier noch mal auf blue frame video heute der 11 11 11 2021 und ich wollte hier ein paar informationen loswerden ich bin auf dem wochenmarkt hier im donnerstag in dal und hier wurde gefragt findet denn der alljährliche weihnachtsmarkt statt und nein der ist abgesagt worden also hier in dal an der bürgerhalle wird es diesen weihnachtsmarkt nicht geben am freilich museum in hagen auch nicht ist auch abgesagt worden weihnachtsmarkt gleich noch eine gute nachricht ihr könnt dranbleiben hier ist eine gute kommt noch und in hagen vom 18 november bis 30 dezember gibt es einen weihnachtsmarkt der findet statt auf jeden fall ich habe heute mal die kulisse hier genommen weil es ein bisschen schon ein bisschen vorweihnachtlich aussieht und im sommer gab es ja hier auch schon mal ein bierchen und das gibt es im moment nicht weil es ist ja relativ kalt hier und deswegen gibt es nächste woche hier donnerstag auf dem wochenmarkt vom tuss vollmetall einen ausschank für glühwein dass man auch warme finger kriegt wenn man hier steht die haben auch wieder vormann bier der wird auch ausgeschenkt da und da müsste alle hier hinkommen da wird da wo der vormannwagen gestanden hat da wird der tuss aufbauen und nächste woche geht es hier richtig los und da feiern wir auch also kommt alle hier hin schön dass man wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann wieder hier auf blue frame video macht's gut